So, jetzt geht's weiter. Es ist Montag und heute ist die nächste Etappe dran. Ich denke, inzwischen kann man auch ziemlich gut sehen, was das am Ende werden soll. Heute ist es natürlich wieder kalt, nachdem es gestern warm war, aber ist ja egal. Los geht's! Nur mal kurz am Rande angemerkt, wir sind jetzt in einer Steglitzer-Wohngegend. Also, tatsächlich hat uns unsere Reise einfach nur durch die verschiedensten Wohngegenden geführt und das wird auch die restlichen Kilometer wohl so weitergehen. Das war uns natürlich klar und das ist ja auch nicht verkehrt, aber ich sag mal so, wenn wir diese Woche dann rum haben, dann werde ich erstmal genug davon haben, durch Wohngegenden zu spazieren, das kann ich euch sagen. Ja, dass ich hier einfach so locker flockig durch die Gegend gehen kann und das mehrere Kilometer, mehrere Tage hintereinander, das hätte ich jetzt im Jahr 2017 noch nicht gedacht. Wie es da ausgesehen hat, beziehungsweise wie das überhaupt alles gewesen ist von der Intensivstation bis zu meinem jetzigen Zustand, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, das seht ihr jetzt einmal gleich zu dem kleinen Talk. So, also, kommen wir nun zu der großen Frage, wie bin ich eigentlich von der Intensivstation bis zu meinem aktuellen Status quo gekommen? Ich habe heute Morgen nämlich zum Beispiel noch trainiert und manche von euch wissen das ja auch, dass ich gerne ein bisschen Gewicht bewege, ist nicht so viel, aber vielleicht auch nichts, was man einfach so ohne Training bewegen könnte, würde ich mal so behaupten. Und ja, natürlich stellt sich da die große Frage, wie konnte das überhaupt vonstatten gehen? Meine Ausgangslage war ja nun doch sehr, sehr schlecht, also schlechter hätte sie nicht mehr gehen können, dann wäre ich ja jetzt nicht hier. Okay, aber ich muss halt auch sagen, das war im Sommer 2016. Inzwischen haben wir Frühling 2021, es sind fast fünf Jahre vergangen und hier spielt einfach die Zeit in meine Karten. Ich habe meinen Schub mit, ja, 25 bekommen, sage ich mal, Also, ich bin im Krankenhaus 25 Jahre alt geworden, jetzt bin ich noch 29. Ja, genau, und das ist halt eben ein Alter, wo man zum Glück noch super regenerieren kann. Aber fangen wir mal einfach von vorne an. Ich war auf der Intensivstation, konnte halt eben quasi nichts selber, wurde beatmet, wurde mit Flüssignahrung durch die Magensonde versorgt. Und ja, so die ersten Fortschritte, die ich gemacht habe, die waren quasi, dass ich so nach fünf Wochen irgendwann meinen auf dem Bett liegenden Arm von so nach so drehen konnte. Und nach sechs Wochen konnte ich den auch wieder zurückdrehen, aus eigener Kraft. Vorher habe ich tatsächlich immer die Pfleger gebeten, mir mal meinen Arm zurückzudrehen, damit ich das wieder üben konnte, den wieder andersrum zu drehen. Ja, ich habe dann auch irgendwann angefangen, so mit den Fingerspitzen zu wackeln und mit den Füßen, bin aber dann auf die Frührehabilitation gekommen, als ich gerade so aus eigener Kraft atmen konnte, also ohne Maschine. Das war für mich aber so anstrengend, dass mein kompletter Brustkorb, die ganze Muskulatur total verspannt gewesen ist. Das hat sich angefühlt, als ich zwei Holzbretter hier drin gehabt. Und eine der ersten Physio-Sessions bestand daraus, dass ich eine ultraschmerzhafte Massage bekommen habe, die das Ganze mal wieder ein bisschen lockern sollte. Aber jetzt stellt euch vor, ihr bekommt so eine Massage, die tut hammerweh, also das ist nicht so eine Wellness-Ding oder so, ne? Aber ihr könnt halt nichts machen, ihr könnt euch auch nicht bewegen, ihr könnt euch nicht irgendwo festkrallen, ihr könnt auch keine Laute von euch geben. Ihr liegt da einfach nur und wisst halt, ja, das ist gut für den langfristigen Fortschritt. Solche Momente kamen halt auch noch öfter, natürlich, ganz klar. Aber natürlich wurde es auch dann mit der Zeit besser. Ich habe nach ungefähr drei Monaten zum ersten Mal festgestellt, dass, also, ja, nee, drei, dreieinhalb, ungefähr 70 Tage war ich auf Intensiv, ungefähr dreieinhalb Monate war es, da habe ich festgestellt, dass ich aus eigener Kraft mit viel Körperschwung den Rollstuhl, in dem ich dann immer mal wieder saß, wo ich reingesetzt wurde, sehr aufwendige Angelegenheit, dass ich den aus eigener Kraft ein bisschen hin und her bewegen konnte. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, um die rund gebaute Station, das waren so 50 Meter, meine Runden zu drehen und für die erste habe ich zwei Stunden gebraucht. Da war halt auch wirklich nichts mit Großfüßen bewegen, Großhände bewegen, es war eigentlich nur irgendwie mit Schwung und, ja. Aber natürlich war das dann so der Punkt, wo es dann anfing, dass ich wirklich aus eigener Kraft Dinge tun konnte. Denn man kann sich das vorstellen, man spricht quasi im Krafttraining auch oft von den sogenannten Noob Gains, so nach dem Motto, ein Anfänger kann machen, was er will, er setzt immer einen Reiz und gewinnt immer an Muskulatur und Kraft dazu. Nur meine Ausgangslage war natürlich so, dass ich mich ja gar nicht aus eigener Kraft bewegen konnte. Ich konnte gar nicht einen eigenen Reiz setzen, sondern war am Anfang darauf angewiesen, dass Physiotherapeuten mich bewegten und ich versucht habe mitzumachen, so stark wie möglich. Ja, aber wie gesagt, es ging dann aufwärts. Ich habe von dem Jahreswechsel 2016, 2017 noch ein paar Fotos. Herzlichen Dank an meinen damaligen führenden Arzt auf der Station, wo ich gewesen bin. Er hat diese Fotos gemacht. Für mich ist das jetzt natürlich toll, denn ansonsten gibt es aus dieser Zeit einfach keine Fotos. Aber im Nachhinein ist es einfach doch schön. Und deshalb zeige ich euch das gerade einfach mal. Denn was ihr hier seht, das ist zum einen ein Foto, wie ich halt am hohen Gehwagen mit einer Physiotherapeutin, die alle, alle, alle ersten Schritte mache, mit völlig durchgestreckten Beinen, weil ich es nicht anders hinbekommen habe und viel, viel aufstützen. Und da ist auch mein Infusionsständer, den musste immer einer hinterher schieben, denn ich hatte halt kontinuierlich noch irgendwelche Infusionen laufen. Ich hatte natürlich die Magensonde, ja, und natürlich hatte ich auch einen Katheter, ne, klar. Genau, das andere Bild, was ihr hier seht, das sind die ersten Schluckversuche nach vier Monaten auch ungefähr im Krankenhaus, also vier Monaten vom schlimmsten Stand aus, wie ihr sehen könnt. Und es gab dann auch Pommes, also das war mein persönliches Highlight. Die waren natürlich nicht gewürzt und die durften auch nicht so kross und nicht so hart sein, logisch. Also es waren so labbrige, ungewürzte Pommes und ich habe sie geliebt. Und ja, auch wenn ich die Gabel noch nicht allein zum Mund führen konnte, denn so eine Gabel ist verdammt schwer. Also ich habe noch nicht mal meinen eigenen Arm ordentlich bewegen können und ja, habe halt Hilfe dafür bekommen. Aber naja, gut, wenn man jeden Tag dann mit einem Ergotherapeuten dann auch Essen übt, dann lernt man es irgendwann recht schnell. An dieser Stelle übrigens nochmal ein großes Shoutout an alle Therapeuten, die ich jemals gehabt habe, insbesondere an die in dem Klinikum Bremen-Ost. Super Therapeutenteam ist das zumindest damals gewesen. Und ja, für mich waren persönlich die Physiotherapie-Sessions immer ein riesen Highlight. Okay, aber es ging natürlich dann auch wieder weiter. Irgendwann war ich dann in der Rehabilitation. Also es war eine stationäre und da war ich dann auch endlich in Berlin wieder zurück, was für mich einfach super schön war, weil ja, vorher hat mein Freund mich immer nur für eine Woche quasi jeden Tag einmal besucht. Hat bei meinen Eltern gepennt, die anderthalb Stunden nochmal entfernt wohnten oder so zwei insgesamt Fahrzeit. Aber das passiert dann halt immer nur so alle drei bis vier Wochen, dass er dann mal vorbeikam. Inzwischen ist Lockdown und Homeoffice ganz normal für ihn. Aber damals war das nicht so. Da war quasi Berufpflicht angesagt. Und ja, so konnten wir uns dann häufiger sehen. Sehr geil. Dieses Video, was ihr jetzt seht, das hat er auch gemacht. Und da seht ihr mich einfach super glücklich, weil ich wieder imstande bin, aufrecht zu gehen und quasi meine volle Größe wieder habe. Denn hey, so eine Zeit, vor allem im Rollstuhl, wenn man das nicht kennt, nicht gewohnt ist, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Vielleicht geht es ihnen auch so, ich kann ja nur für mich sprechen, das nagt an dir. Und obwohl du selber ja weißt, dass an deiner geistigen Fähigkeit sich nichts verändert hast, fühlst du dich einfach insgesamt kleiner, schwächer, hast weniger Durchsetzungskraft. Auch wenn es mal für deine Erkrankung vielleicht eigentlich wichtig ist, dass du auf etwas bestehst. Du bist einfach insgesamt schwächer, nicht nur körperlich. Also sage ich jetzt mal, so ging es mir. In dieser Reha entstand auch übrigens dann der Gedanke, dass ich wirklich auch dachte, das mit dem Krafttraining, das will ich unbedingt wieder weitermachen. Denn ich habe vorher so, ja eigentlich gar nicht so richtig aus meiner heutigen Perspektive. Ich habe einfach nur so ein bisschen mit Handeln trainiert, aber ja, das weiß ich nicht. Das war damals noch mehr Aussehen und irgendwie hatte ich da aber dann das Bedürfnis so, oh Gott, ich will nie wieder so schwach werden. Nie wieder. In meinem ganzen Leben nicht. Und sollten noch 100 Schübe kommen, ich will nie wieder so weit runter sinken. Bloß nicht. Weitere Verbesserungen kamen dann ja auch. Ich wurde ja auch stärker. Ich meine, irgendwann, das war für mich mein Highlight, da habe ich dann sogar meinen Freund im Rollstuhl geschoben. Übrigens nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle an die Freundin, die mir die Pikachu-Jacke geschenkt hat. Ich liebe sie immer noch. Also meine Freundin und die Pikachu-Jacke natürlich. Ja und dann irgendwann habe ich auch angefangen, ja wieder zu Hause dann zu trainieren. Ich war dann aus der Rehabilitation raus. Ich konnte tatsächlich nicht wirklich viel selber. Ich musste auch immer mit Begleitung unterwegs sein. Ich hatte auch einen Schwerbehindertenausweis. Aber ich hatte Merkzeichen G und B, das heißt Gehbehindert und Begleitperson. Und das war wirklich nötig, denn wenn ich zum Beispiel in den Bus eingestiegen bin und der Fahrer hat es eilig gehabt und ist losgefahren und ich saß noch nicht, dann bin ich einfach nur umgefallen. Ich bin auch schon Leuten auf den Schoß gefallen, dann, weil ich mich nicht selber halten konnte. Keine Chance. Ich konnte zwar dann irgendwann auf Krücken gehen, aber ja. Insgesamt ein Jahr, nachdem das alles losging, konnte ich dann endlich wieder selber gehen, ohne Krücken. Ich hatte aber noch so Fußhebeorthesen, denn das Anheben der Füße, das gelang mir einfach noch nicht. Sowieso je weiter außen alles war, desto länger dauerte es, bis irgendwie diese Störungen auch wieder weg waren. Nach zehn Monaten zum Beispiel war meine normale Handhaltung immer noch so. Also hatte so ungefähr, ja. Weil halt wirklich die, irgendwie zog das alles hoch und keine Ahnung. Es war einfach so. Nach insgesamt zwei Jahren, nachdem ich überhaupt das letzte Mal gelaufen bin, also nach fast zwei Jahren auch, dass das alles losging mit der Erkrankung, habe ich tatsächlich dann meinen ersten Lauf sogar wieder gemacht. Und in dem Frühjahr davor habe ich auch zum ersten Mal das Fahrradfahren wieder ausprobiert. Deshalb hier mal eine kurze Einblendung, wie das erste Fahrradfahren gewesen ist. Das war jetzt, ja, heute vor vier Jahren ungefähr. Ihr seht, das war da noch relativ wackelig. Ein paar Monate später ging das schon viel, viel besser. Und ein paar Monate später war dann auch der besagte Lauf. Ich habe leider nur noch dieses eine Foto gefunden von mir und meinem Freund, wo ich uns beide so ein bisschen retuschiert habe, um das halt auch, ja, damals posten zu können. Das war uns beiden damals noch lieber. Es war ein Zwei-Kilometer-Lauf und der war eigentlich nur für Kinder. Aber das hat die Familie einer anderen Freundin von mir organisiert, wo wir dann auch übernachten durften. Und sie haben quasi für uns beide eine Ausnahme gemacht, dass wir diesen Zwei-Kilometer-Lauf laufen können. Weil das für mich damals einfach so, ja, das war das Highlight. Ich habe halt wieder an einem offiziellen Lauf teilgenommen. Ich habe früher gern gelaufen. Naja. Aber wie gesagt, mein Wunsch war ja eigentlich dann irgendwann von ich möchte nie wieder so schwach sein zu ich möchte immer stärker werden. Und quasi so dieser Gedanke, ich war so schwach, wie ich als Mensch überhaupt nur irgendwie sein kann. Wie stark kann ich eigentlich werden? Und so kam es, dass ich dann im Sommer 2019 irgendwann gedacht habe, okay, habe jetzt schon ziemlich viel zu Hause auch so ein bisschen trainiert. Meine, ja, Nervenstörungen, die, ich sage mal, Behinderungen, die ich hatte, die haben sich dann auch immer weiter verbessert. Ich habe auch, ehrlich gesagt, also wirklich seit der letzten Reha, dann kontinuierlich über den ganzen Zeitraum habe ich immer wieder Physiotherapie gemacht, Ergotherapie gemacht. Und 2019 habe ich dann gesagt, okay, ich bin inzwischen so gut in all meinen Bewegungen. Ach ja, eine zweite ambulante Reha, also eine zweite ambulante Reha hatte ich dann auch noch. Genau. Ihr habt vorhin schon das Video gesehen. Ja, ich habe es vergessen zu erwähnen. Deshalb werde ich das im Nachhinein vorher reingeschnitten haben und mit einem Verweis versehen haben. Gut, also, Fahnen verloren. Ja, genau, ich bin ins Fitnessstudio rein. Das war damals das Berlin Strengths, weil ich gedacht habe, okay, ich will stark werden. Welche Gyms in Berlin sind denn vielleicht bekannt für Powerlifting, Strongman, so Sportarten, wo man halt stark ist? Und bin da rein, bin quasi hingegangen und habe gesagt, hallo, ich würde gern stark werden. Und dann, das war, ja, das war die liebe Sassi dahinter im Tresen. Die hat dann zu mir gesagt, aber du weißt nicht so genau wie? Ich so, ja, genau. Gott, war mir das damals peinlich, weil halt auch überall irgendwie so starke, muskulöse Leute rumgelaufen sind. Und ich habe gesagt, also hier könnte ich mich definitiv wohlfühlen, wenn ich vielleicht ein bisschen stark wäre. Ich habe dann, ja, erst mal Seminare belegt und bin dann auch ins Coaching gegangen. Athletic Physio heißt der auf Instagram. Der hat mir dann halt auch wirklich am Anfang sehr gut helfen können, denn ich hatte ja nun mal diese Vorgeschichte und hatte so keinen Plan, ob das überhaupt gut gehen kann, wenn ich einfach so dann nach den Seminaren drauf los trainiere. Und ja, so ging das dann irgendwie seinen Weg. Und ja, inzwischen mache ich halt Dinge, die ihr ja jetzt hier so im Video sehen könnt. Also, ja. Es ist natürlich so, es ist nicht alles in Ordnung. Es ist vieles sehr gut, definitiv. Viele fragen sich vielleicht, ob ich nochmal Symptome hatte oder Schübe. Ich habe tatsächlich insgesamt nach dem ersten schweren Schub noch einen weiteren krassen Schub gehabt und einen, bei dem ich vermute, dass es ein Schub hätte werden können, wo zumindest schon mal mit Glucose auch gegen gearbeitet wurde. Es wurden aber keine Porphyrie-Werte bestimmt. Ja. Meine Porphyrie-Werte, das sind zum Beispiel die, also vor allem eben auch bestimmte Blutporphirine, Vorstufen des Helms, die dann immer regelmäßig gemessen werden, die fluktuieren, die sind meistens in einem leicht erhöhten, für mich aber normalen Bereich und machen mir so keine Probleme. Hin und wieder habe ich es natürlich doch, zum Beispiel in der Phase von sehr viel Stress oder von außergewöhnlicher körperlicher Belastung, merke ich es dann auch, dass irgendwie zum Beispiel Bauchschmerzen entstehen, wo ich nicht genau weiß, wo sie herkommen. Und ich muss auch sagen, es sind ein paar Folgeerscheinungen einfach aufgetreten. Dadurch, dass ich am Anfang sehr schnell sehr viel Gewicht verloren habe, so zumindest wird geschätzt, habe ich nie wieder meine Periode bekommen. Also seit dem 25. Lebensjahr sind quasi die typischen weiblichen Hormone oder zumindest einige davon sehr, sehr niedrig. Es wurden tatsächlich auch diverse Veränderungen körperlicherseits festgestellt, auf die ich jetzt gerade nicht näher eingehen möchte. Was halt eben aber auch damit zusammenhängt, dass diese Hormone sehr niedrig sind. Und das zum einen hat natürlich zur Folge, dass so ein wenig das Risiko für zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs steigt. Und natürlich ist es auch so, dass weibliche Hormone die Knochendichte mit beeinflussen. Aber glücklicherweise bin ich halt seit letztem Sommer, seit Sommer 2020 auf Hormonersatztherapie. Das nehme ich, also ich nehme quasi die weiblichen Hormone externe, weil mein Körper sie ja nicht mehr bilden mag. Und ich nehme sie auf einem gleichbleibenden Level. Das heißt, ich habe keine Regel, was gut ist, denn eine Regel kann halt Porphyrieschübe auslösen. Und so bleibe ich davon verschont. Hatte am Anfang ein bisschen Beschwerden, auch immer wieder Bauchschmerzen und so typische Porphyriesymptome einfach auch. Ja, Obstipation war auch wieder dabei. Aber das hat sich zum Glück jetzt sehr gut eingependelt. Ich bin da auf einem guten Niveau und das kann jetzt alles einfach so weiterlaufen. Und ich mache mir viel, viel weniger Gedanken auch wegen meiner Knochendichte. Denn tatsächlich wurde 2018 schon eine Osteopenie in den Füßen festgestellt, wo dann aber gedacht wurde, dass es vielleicht daran liegt, dass ich halt so lange gelegen habe, dass sich der Knochen deshalb ein bisschen zurückgebildet hat. Aber nachdem ich mir dann Anfang 2020 nochmal ein Handgelenk angebrochen hatte, wurde dann auch gesagt, dass da auch doch die Knochenstrukturen ziemlich brüchig seien für mein Alter. Weswegen ich das dann einfach nochmal forciert habe, weil einfach lange gesagt wurde von sehr, sehr vielen Ärzten so, okay, Porphyrie, weibliche Hormone können Schübe auslösen. Das fassen wir nicht an. Auch das ist leider halt immer noch so der Fall, wenn ich mal irgendwelche OPs hatte. Zum Beispiel wurde mir ein Port, den ich zwischendurch hatte, wieder rausgenommen. Ich hatte dann aufgrund dieser sehr dünnen, aber halt auch Magensonde, die ich hatte, dann irgendwann einen Narbenbruch, der dann operiert werden muss. Ansonsten habe ich natürlich auch immer noch so gewisse Einschränkungen. Ich kann die nicht so genau beschreiben. Es ist mehr, sagen wir mal so, ich werde nicht die beste Feinmotorikerin, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen Kraft braucht. Stellt euch vor, eure Hände sind eiskalt, es ist Winter und ihr versucht auf Krampf irgendwie euer Fahrrad abzuschließen und könnt die Hände kaum bewegen. Also wenn ich, sobald ich Kraft brauche, verliere ich die und rutsche sofort ab. So ungefähr. Es gibt auch eine Tür noch, immer noch, die kann ich nicht öffnen. Mit dem Schlüssel, weil ich da einfach zu wenig Angriffsfläche habe. Also Fingerkraft ist ganz brutal schlecht. Ich werde auch nie die schnellste sein in allen möglichen Sachen. Meine Nervenreizweiterleitung ist einfach ja immer noch verlangsamt. Sie verbessert sich tatsächlich immer noch von Jahr zu Jahr, aber es nähert sich quasi einem Level an, der etwas unter dem Normalen liegt. Und ansonsten, ich werde auch niemals sowas machen wie Seiltanzen oder Slacklines, finde ich auch schon ganz brutal, weil einfach so das, zum einen das Feedback Fuß, hier ein Fuß ist total verlangsamt. Zum anderen, ja auch so irgendwie mal mehr Druck auf die einen oder anderen Zehen geben. Das geht schon, aber nicht zu dem super tollsten Maße sowas. Also Balance ist halt auch nicht so das Geilste. Ja, das ist quasi jetzt so mein Status Quo. Ansonsten sieht es halt für mich so aus, beruflich war es so, dass ich dann erst das Problem hatte, entweder bist du krank oder du bist gesund. Du kannst nicht plötzlich sagen, ja, ich bin halt halbkrank, ich würde gerne so ein bisschen arbeiten, aber ich kann doch nicht wieder 40 Stunden. Da bin ich halt auf sehr viel Unglauben gestoßen. So, das ist doch eine akute Porphyrie, dann sind Sie doch jetzt wieder gesund. Nein. Gut, ich habe halt mit 20 Stunden in der Woche wieder angefangen, nachdem ich vorher ehrenamtlich einfach mal so sechs Stunden in der Woche, später zwölf Stunden bei einer Hilfsorganisation hier in Berlin gemacht habe. Ich habe das auch sehr lange parallel zum Job noch weitergeführt, bin irgendwann hoch auf 35 Arbeitsstunden in der Woche, was aber dann für mich, es war wirklich so, am Anfang war es ein reiner Bürojob, nur sitzen und es war für mich schon eine krasse Forderung und es hat jahrelang gedauert, bis ich dann wirklich diese 35 Stunden in der Woche auch im Stehen gearbeitet habe. Inzwischen ist es so, naja, Lockdown, wir sind alle irgendwo betroffen, ich arbeite jetzt Teilzeit für 24 Stunden in der Woche bei einem Biomarkt. So, ja, ganz normal. Ich habe aber tatsächlich auch mir einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das ist, ja, also das ist wirklich das kleinste Unternehmen, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist nicht so, dass ich damit irgendwelchen Gewinn einfahre, also wirklich gar nicht, aber es ist halt mein persönlicher Traum gewesen, weil ich dort etwas Eigenes realisieren konnte. Das wollte ich euch einfach auch hier gesagt haben für alle Menschen da draußen, die halt irgendwie auch betroffen sind, die sich durch ihre Erkrankung eingeschränkt fühlen. Also, ich weiß, dass ich immer noch ein Glückspilz bin. Klar, natürlich. Ich habe über Jahre hinweg auch immer dran gearbeitet. Ich habe mehrmals die Woche trainiert. Ich achte immer noch sehr genau auf meine Ernährung. Ich tracke alles, was ich mache. Also, ja, Training tracke ich sowieso, einfach auch, um zu wissen, welche körperliche Belastung es gewesen ist über die Woche, falls man irgendwann was isst, dass ich einfach darauf zurückgreifen kann und schauen kann, ob das vielleicht alles insgesamt ein bisschen viel gewesen ist. Auf die Ernährung achten ist auch besonders wichtig bei Porphyrie. Man bekommt auch so, ja, ich sage mal, Ernährungsleitlinien, so, nach denen man sich dann selber seine Ernährung zurechtbasteln kann, weil es halt auch noch nicht so genau erforscht ist. Ich meide auch alle möglichen Trigger. Also, ich rauche nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Ich nehme auch keine sonstigen Drogen. Ich vermeide es, Medikamente zu nehmen, selbst wenn sie auf der Safe-List draufstehen. Ich bin halt auch immer darauf bedacht, wenn irgendwie mal was ansteht wie eine OP oder so, dass ich dann die Tage davor auch vielleicht schon irgendwie frei habe. auch damit ich einfach alles organisieren kann, die Safe-List mit den sicheren Medikamenten reinreichen, alle Ärzte vorbereiten, erklären, dass es wichtig ist, dass ich danach und davor nicht irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag nochmal nüchtern bin, weil das auch wieder einen Schub triggern kann. Das alles. Ja, das sind natürlich jetzt so meine Umstände, die aber immer noch ganz gut sind. Ich kann halt all dem nachkommen. Ich habe meine Routinen dafür gebildet und damit fahre ich gut. Das wird für manche andere vielleicht nicht reichen, um dauerhaft gut zu fahren, das ist mir klar. Aber hey, es braucht nicht jeder von euch irgendwie ein erfolgreicher Sportler und gleichzeitig selbstständig und dann nebenher noch einen Job und vielleicht zwischendurch eine Profil-Awareness-Aktion oder so. Ja, das... Na, bitte nehmt mich nicht als exaktes Vorbild, aber wenn es euch irgendwie vielleicht motivieren kann, dass so vielleicht das eine oder das andere daraus doch geht, dann nehmt das bitte für euch mit, okay? Denn, ja, man ist nicht seine Krankheit. Man lernt damit umzugehen, aber die Porphyrie ist ja nicht das, was uns ausmacht. Das ist ja nicht der einzige Teil von uns, oder? Okay, gut. Nach diesen langen 30 Minuten schicke ich euch wieder zurück auf die Strecke. So, wir sind jetzt, wie man uns schwer erkennen kann, wieder zu Hause. Es war heute eine weniger lange Strecke. Das seht ihr ja jetzt an den Hashtags links und rechts. Das sind ja nicht ganz so viele wie die Tage davor. Was aber eben auch daran liegt, dass wir in den vergangenen zwei Tagen gut vorgelegt haben. Und da ich ja heute Morgen noch trainiert habe, dass es dann etwas entspannter und erholsamer gewesen ist heute. Und bevor ich mich verabschiede, habe ich noch eine große Bitte. Wenn jemand selber von Porphyrie betroffen ist und das jetzt hier gerade mitbekommt, mitverfolgt, ich würde sehr gerne von möglichst vielen Betroffenen, ob das nun jemand ist, der direkt die Erkrankung hat, oder ob ihr vielleicht jemanden pflegt mit Porphyrie oder ob ihr das einfach irgendwie nur mitbekommen habt, wenn es irgendetwas gibt, was ich vorlesen kann, quasi im Video an die ganze Welt draußen sagen kann, weitergeben kann, dann schreibt mir das doch sehr gerne hier in die Kommentare. Ich würde auch, sofern ihr nichts dagegen habt, wenn ja, bitte dazu schreiben, den YouTube-Namen beziehungsweise, wenn es Vorname, Nachname ist, einfach den Vornamen mit dazu vorlesen. Ja, wie gesagt, ansonsten schreibt einfach rein, wenn ihr das nicht möchtet. Das kann quasi alles sein, sowas von, ja, ein Aufrufappell wie bitte vergesst uns nicht für Betroffene an alle da draußen, an Ärzte zum Beispiel. Ja, oder das kann auch etwas ganz Persönliches sein, wie, ja, ich als Betroffener bedanke mich ganz herzlich bei meiner Familie, denn ohne euch hätte ich die schwere Zeit nicht geschafft. Also das sind jetzt einfach nur Beispiele. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, was ich hier ausrichten kann, dann würde ich das sehr gerne tun. Ja, in dem Sinne dann, vielen Dank fürs Zuschauen und dranbleiben bei diesem sehr langen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann ja morgen schon direkt wieder. Bis dahin! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020